Günder und Fiona am Schulschluss Sie laufen zum Zebrastreifen. Sie überqueren ihn, ohne nach links und rechts zu schauen. Auf der anderen Seite standen Schülerleutzen und sprachen die beiden an. Er hat den Zebrastreifen, ohne nach links und rechts zu gucken, überquert. Geh zurück und probier das nochmal. Von nun an bleiben die beiden am Zebrastreifen stehen, schauen nach links und rechts und gehen dann zügig über die Straße.